Der Ausgebuffte. Mein neuster ist Mondbader. Von dem Drachen, den du nicht hast. Ich hab's verpennt. Also, wenn's interessiert, welchen Drachen es am... Hast du grad gesehen, wo mein Midnight verschwunden ist? Äh, hä? Also, welchen Drachen es am... 25. Im Adventskalender gab, das war der hier. Bist auch stronstum, oder? Also, wen ist interessiert, welchen Drachen es am 25. Im Adventskalender gab? Das war... Der hier. Ich muss sagen, schön ist er nicht. Ich find ihn potthässlich. Er sieht aus wie ein Stück Blutwurst beim Missflügeln. Gott, ist die Scheiße. Es geht. Ich find ihn hässlich. Wer massige Drachen mag, okay. Aber sonst... Ups, Stummelschwanz. Ich hab F6 gedrückt und statt F7. Unnötig. Typisch unnötig. So, es bringt euch zurück, ey. Was sind wir? Ach, nix, nix. Ich hab' noch mal wieder geguckt, ob das nicht verkackt, dass F12 zu drücken, damit die Aufnahme zu beenden. Nee, 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 so kenne ich die, nee, wünscht dann nie machen. Nee, nee, wird's nie. Ich kann so ein bisschen wieder eine Flöte nur so nebenbei, ne? Ich flöte ja gleich. Ja, fuß mal reinkommen. Und, und, und Schwefel, komm schon, Schwefel. Das ist ja noch viel besser. Äh, Schwefel, Triumph oder Goldschatten, nein, zwei Mal. Yes, das ist Gott, ey. Das bringt doch nix. Ey, lass doch schießen. Ich hab doch hier meine Sphären, für was bräuchte ich denn schießen? Ja, du warst kein Mann mehr. Ja, bis ich kein Mann mehr hab. Midnight erhält 429. Ach ja, genau, das wollte ich ja auch noch zeigen. Und zwar, wenn du P drückst hier, gehst du hier auf Kampf-EP und dann kannst du das umwandeln. Hier kriegst du immer hier, warte, was stand da? Hier, genau, 600 Gefährten-EP zu einem Kampf-Skill-XP. Machen wir alle hier, kriegen wir 21 raus. Komm ich auf 400. Und wenn man auf den Skill mal geht, man braucht, glaube ich, 800. Ja, genau. Hier, das war's, nee, wo war das? Nee, das hat... Da. Du brauchst 2880. Da brauchst du 800 bis zum nächsten Level. Das hat nur ein Level. Da brauchst du 4160 bis zum nächsten Level. Ja, aber das hat was anderes damit zu tun. Das ist was anderes. Die kannst du beim Drachenmeister, hier bei der Amy zum Beispiel, kannst du die ja skillen. Also du kannst ja... Ey, brauchst du auch diese Skill-Punkte für. Nee. Du kannst zum Beispiel der Drache, was hat der für Skills? Hier zum Beispiel, hier, Heilwind. Gehst hier drauf und dann so und dann gehst du auf, ähm, Skill-Ausbildung und dann kannst du Heilwind skillen. Dadurch kriegt er seine XP. Ach, waaah. Dadurch hab ich ja mein Midnight hier. Vom Level her. Das hier ist auf Level 4 von 10. Ja. Das ist auf Level 1 von 10, 1 von 1, 1 von 10 und das ist auf 3 von 10. Also du kannst die... Achso. Und was mach ich denn mit diesen umgewandelten XP, mit den Gefährten? Das kann ich dir nachher nochmal zeigen. Drauchenmeister. Ach, das ist ein Titel. Achso. Also mit den, ähm, umgewandelten kannst du zu dem, ähm, Meister gehen, der dir auch die Ride-Skills gibt. Neue, ah, und die Ride-Skills upgraden. Und da kannst du dir dann neue Ride-Skills kaufen. Ah, okay. That sounds interesting. Ja, ganz genau so. Also so glaube ich zumindest ist das, weil ich weiß, dass man dort welche kaufen kann. Google weiß alles. GZ zu keinem Real Life. Ja. Toil, toll. Und die antworten einfach im Worldchat, ne? Wer, wer so viele hat, bitteschön. Wie flapp ich denn davon? So einfach ein Megafone, 41. Na ja. Ja gut, ich hab 41 Feuerwerk. Mach mal mal wieder ein Dance-Event. Jungs, verkauft mal bitte wieder Feuerwerk, ich brauch wieder ein bisschen. Könntest auch direkt an diese E-Mail schicken. Genau. Schickt bitte euer Feuerwerk an diese Mail. Nachname auch erwünscht. Kaufe jegliches Feuerwerk. Oh, das ist der Bruder vom Goldschatten. Ja, das ist jetzt Schnappmaul. Hey, den haben wir doch damals getamed bei irgendeiner Klippe. Ach, das war dieser Blöde, ne? Ja, der erste. Den, wo wir so lang gebraucht haben. Jetzt mach ich den Lug, aber nix kaputt. Kaputt. Was krieg ich dafür? Aber der ist auch ein paar Müll. Oh, Fleisch. Und ein Rolle. Ich find's immer toll, ja? Du liest eine Rolle und kannst es. Oh, Telefon. Telefon, 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 Telefon. Was gibt's? Ich mach' immer auf lautlos, nicht, dass die G-Mail gleich kommt. Oh, wir haben da nicht gehört. Nee, weil sowas nicht, wenn wir da zwischendrin, sieht der Scheiß aus, so rumhampeln. Alter, ich hab' gestern Opel gesehen, ja? Unglaublich, das Teil hatte Geweihe. Opel? Ja, ein Opel. Hä? Ein Opel Astra mit Geweihen. Kapier' ich nicht. Mit einer roten Nase. Arschgewei oder was? Astra mit Arschgewei, wär auch mal was. Der hat sich an seine Fenster so Geweihe geklemmt, wie so die Deutschlandfahnen an der WM, ja? Okay. Und vorne so eine rote Nase aufs Opel-Zeichen. Bruder, The Red Noss Wendy. Was ein ziemlicher Witz ist, ne? Wer SWR 3 gehört hat, gestern gab's SWR 3 Klugscheißer. Krasser Shit. Und zwar, im Winter verlieren die männlichen Rentiere ihre Geweihe. Das heißt, der Weihnachtsmann hat nur Weiber vorm Schlitten. Schon klar, ne? Ah. Toll. Ich hab' leider nur zwei Pferdchen. Nur mein Popo-Bronko. Und mein Randolph. Ich glaube, ich muss mir mal Hatzul Wirbelflamme dann auch noch ausbrüten. Für ein bisschen Spaß muss sein. Nein, pss. Ähm. Ähm. Ich bin grad zu blöd, das zu finden. Also Fabi ist jetzt AFK. Na, ich bin nur, äh. Wie heißt das? CFK. Change for Keyboard. What? Vom PC Keyboard zum Handy Keyboard. What, 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 what. Na, das erklären wir jetzt nicht, das Bild. Das wäre sonst, äh, ewig lange. Was tust du da eigentlich? Ja, stimmt. Der Sortierbutton für die Drachen fehlt. Ja, ist echt so. Ich hab hier meinen ersten geilen Drachen. Das war mein, damals mein Main. Viernen. Stimmt. Indigo, Indigo. Na gut, dann war es der hier. Der Viernen. Viernen, Viernen, Viernen. Na, Kobalt hab ich noch. Elenet hab ich auch noch dreimal. Oh, schade. Hä, löst die doch ein. Der Mann flimmt so hoch. Warum? Mach sie weg. Nö, Sonnenfinsternis. Warum ja nicht. Ja, der Geist. Onyx, Woma. Onyx haben wir auch. Und der geile Monarch Strache. Ey, der Monarch Strache ist das Beste, Digga. Ja. Kommt nämlich keiner mit. Nee, genau. Oh, perfekt. Ich mach's jetzt auf. Bläu oder blau? Werf mir eine Münze. Zu spät. Ach, okay. Und was war's? Blau. Warum hast du blau auf? Nee, okay, stimmt. Ähm, lassen wir den hier kämpfen. Kommt einer aus Hamburg und kann mir sagen, ob die Esplan nachts regelmäßig kommt. Weißt du, du bist mit diesem Spiel im Internet. Nein. Leggummi, Alter. So was fragt man nicht. So was guckt man im Internet. Warum denn? Ist doch lustig. Ja, okay. Das ist so. Nein, deswegen. Hallo, ich komme aus Frankfurt und ich sage dir, hier fahren die U-Bahn. Gott, ist das schlecht. Du hast Schweinefilet erhalten. Schon wieder? Das bringt nur ein Gold. Das schmeiß ich wieder. Das ist Vegetarier. Super Idee, ne? Aha. Wisch. Was bringt denn der Umhang? Ist der besser als meiner? Und er ist besser. Alter, ziehst du den ernsthaft an? Das ist ein Stück Scheiße. Oh, das stimmt. Fokus, natürliche Abwehr, Zauberabwehr, physische Abwehr. Ich will ihn anziehen. Mal gucken, wie sich mein Outfit mittlerweile geändert hat. Gehen wir auf. Ich drücke immer H von, ähm, gewöhnt von, wie heißt das? Mit, äh, Guild Boss 2. Denkst du immer an, guck, da, neuer Umhang. Wow. Und der passt jetzt auch irgendwie mal nicht. Deswegen behalte ich auch dieses tolle Weihnachtskostüm an. Alter, die Antwort auf die, auf die Hamburger U-Bahn. Nächste mal vor. Regelmäßig. Ja, aber in größeren Zeitabständen. Ey, what the fuck? Ja, toll. Also, ähm, ähm, ja, was ich noch sagen wollte, genau. Diese Folge hier, äh, warte, diese Folge hat um 23.11 Uhr begonnen. Jetzt haben wir, ist heute Samstag oder Sonntag? Na gut, wir machen heute eine längere Folge. Heute ist, ha, Sonntag. Fuck. Heute ist, warum? 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 Bei solchen Fragen gibt es eine Neumotische Erfindung, die man dann, glaube ich, Internet, wo man es auch nachlesen kann. Aber, psst, doch ganz geheim. Toll. Also, was ich eigentlich sagen wollte, wir machen hier nur eine Folge draus. Und können hier schon mal sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Weil diese Folge, hör mal auf, hier rumzurutschen. Entschuldigung, ich wusste gerade diesen Stuhl irgendwie. Diese Folge kommt, soweit ich weiß, am 30.12. raus. Don't ask me. Oder wir hauen sie einfach am 31.12. raus. Um 12 Uhr. Oder wir holen gleich, oh, ich habe eine gute Idee, das verrate ich jetzt nicht. Aber erinnere mich dran, dass es eine gute Idee war. Okay, wir denken dran, dass Fabian eine gute Idee hatte und, was? Senf, Senf, jo, lecker Senf. Nee, Ketchup. Was? Man merkt, dass es auf die 0 Uhr zugeht. Was? Was finde ich das Schlechte? Oh! Ganz was Besonderes. Bitte baut es noch sein. Obst Salat, Obst Salat, Obst Salat. Ananas, Bananas, Bananas. Ananas, Bananas, Ananas, Ananas. Kiwi, 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 Kiwi. Man, guck mal, guck mal. Also wer dieses Lied kennt, ist leider hobbylos und tut mir leid. Das ist ein Lied? Also. Ananas, Bananas, Bananas. Der Chorleiter von unserer Schule hat das immer mit dem Chor gesungen. Ich war nie im Chor, aber ich kenne das Lied. Okay. Und mich auch. Achso, ich sollte ihn vielleicht töten. Ich wollte eigentlich sagen, damit es ein bisschen Abwechslung gibt, töten wir ihn jedes Mal mit einem anderen Drachen. Wuhu! Jetzt, was mir auch gefallen ist, das ist ein Drachen. Das ist ein sehr hässlicher Drachen. Ach echt? Ich hab mal gehört, Drachen bekommen mehr EP, wenn man sie mehr benutzt. Aber wenn der so hässlich ist, würde ich nicht benutzen. What the? Ich hab keine Ahnung, was ich rede. Hab versucht zu essen, zu essen, aber Assen-Commander sagt nein. Suche Micklands-Gruppe. Toll, ich kapier dieses ganze Chat-Zeugs nicht. Schreib mal Hallo. Suche Mongos. Oh, warte, gefunden. Prost, Jockey. Das bringt mir fast 1000. Das hab ich verkauft. Bitte grün ihn an, Freundin. Prost, Jockey. What the fuck ist das? Es ist echt schön zu lesen, wie das Niveau mit der Uhrzeit sinkt. Das Niveau sinkt, stimmt, anders, 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 hui. Auch die Tassen. Ach ja, ich wollte heute mein Story Quest übrigens weitermachen. Sonsten, was die gibt's noch. Und gehe ich zu meinen Story, gibs Quest ab. Nee, danke. Und dann sagt Story, nee, ich gebe dir keine neue Quest, du bist noch zu niedrig levelig. Fug. Ich mag das neue. Damals war alles besser. Was? Suche NDZ-Gruppe. Hoch die Tassen. Nein! Sen! Ich hasse euch. Pinneken. Weiter so. Er stirbt am laufenden Bande. Senf, 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 senf. Was soll ich schreiben? Das ist auch ein Weg, seine Weltdinger rauszuschmeißen. Ja. Von Color, Zeilen, Buch, BR. He, das weiß man aber mittlerweile. Ich schreibe das dann nicht jedes Mal, ich bin noch nicht blöd. Doch. Okay, was schreiben wir? Mayo, Mayo. Mayo. Okay, 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 challenge, just accept that. Schreibe mal über ein Mayo hin und einmal zwischendrin Ketchup. Da müssen wir noch eins zurück machen. Was zum Teufel machst du da? Genau dasselbe wie Senf. Oh. Aber Senf ist eine gute Idee. Ja, supi mit Senf, ich botte. Also, Mayo, du wolltest zwischendrin Ketchup? Ja, mach mal Ketchup rein. Mayo, ja. Ketchup, wird das so geschrieben? Ja, das wird so geschrieben. So, welche Farben nehmen wir? F ist weiß, nimm mal 99 B3. Ich hab's verkackt. Was denn? Ich hab's nicht gespeichert. Oh Gott, bist du behindert. Oh Gott. Warte. 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 Mayo, hey, du hast es nur noch an Ende Steuerung V. Nee, ich hab eben was anderes noch kopiert. Ah, natürlich, ganz geht flöten. Guck dir das an. Look at my shit. Cat, schub. Das markieren wir nochmal alles. Speichern. Nur so nebenbei ist ne Idee, ne? So, welche Farbe? Gelb, rot. Ach, rot passt doch zu. Rot passt. Nee, haben Mayo gesagt. C, viermal die Null. Hat er jetzt auch eingeben können. Wäre dreimal einfacher gewesen. Hallo? Ah. Der Befehl stimmt noch nicht. Stimmt noch nicht? Nee. Erstens musst du Mayo zu Ende schreiben. Und dann machst du, gehst so hin. Warte. Geh nochmal drauf. Du brauchst dieses Font Slash. Äh, Font Slash. Das ist der Ende vom Befehl. Soweit hab ich in CT sogar aufgepasst. Danke für die exakt 17 Freundschafts-Anfragen. Ich falle permanent weiter. Wir haben es jetzt in Rot. Stimmt Rot? Ja. Für ihr stimmt immer noch nicht. Hä, ich hab's doch eben da hin. Muss aber auch speichern. Hab ich doch. Hast du nicht. Mein Gott, schreib Slash Front rein. Warte. Andere. Mann. Und jetzt OK drücken. Kann man in die Welt schreiben. Mit Slash W. Slash Z war, glaube ich, an die Slash O. Bitte, warte. Ich probier's erstmal in der, ähm. Sagen ausgenommen. Ich hab's falsch kopiert. Ich hab's doch bitte gespeichert. Der kann das nicht so lang machen. Ich glaub, wir müssen... Du hast... Wieder... Du hast es wieder nicht gespeichert. Ich hab auf OK gedrückt. Du hast es wieder nicht gespeichert. Da ist am Ende kein... War ja noch drin. Kann schließen. Ich kapier's grad echt nicht. Ich hab's gespeichert. So. Dann... Drück's OK. Ich muss irgendwo nochmal Ketchup rein. Hm. Aha. Aber jetzt hast du am Anfang so ein Ding ganz... Guck, der hat's wieder nicht gemacht. Irgendwas stimmt. Was? Du musst, glaube ich, das in die Zeile davor irgendwie mit zurück... Also mit löschen. So? Nee, es muss alles, glaube ich, auf einer Linie sein. Jetzt eine Leerzeit noch rein. Hm. Hm. Ah. Ah, jetzt aber. Musst du Ketchup? Oh, da hast du Ketchup. Kannst du es jetzt kopieren und an die Welt schicken? Ich glaub nicht. Ich würd's erst mal... Probier's erst mal in Dingens aus. Oh, funktioniert. Guck an. Okay, und jetzt noch der letzte Drache. Nee, die hüpfen gerade noch rum. Die auch immer, wenn wir uns ganz viel verpasst. Blingschweif. Soflos in der Nähe. Ah, nee, für Abwechslung brauchen wir den F3er. Oh, ich weiße Namen noch. Ich hab keinen Drachen gemacht. Oder kein Charisma. Hier auch immer. Nii, bist du da? Oh, Hilde. Jetzt haben wir uns so viel Mühe mit dem Ketchup kommt. bilgo. Und dann ist das weitgehend. Blub, was los. Was soll ich ihn so suchen? Herr Knüberschuss? Hier… Gucksack voll. Majo Majo Maio Maio… Mario, 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 Mario. Wenn du in Sartinaberg geht, stehen da vor keinem Plan. Ach, Sartinaberg. Achso. Gott. Habt ihr eigentlich ... Hast du den Klaps gelassen? Ich glaub, genau das ist es. Genau das hat man uns, ja. Das stimmt halt echt. Schmeiß Wäsch. Oh, mir kratzt der Röcken. Und damit würd ich sagen, haben wir jetzt eine sehr, 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 sehr lange Folge. Haben wir? Ja. Du hast ein Geweih. Ich fahr halt nicht wo. Ja, genau das mein ich. Wuhu. Geil, ich hab ein Geweih. Du hast ein Arschgeweih. Ja, natürlich versteckt. Da fängt man an zu sehen. Dieser weiße Punkt da? Siehste? Siehste? Da, da, da. Da ist es. Stimmt. Da. Stimmt. Leider sieht man deinen Träger nicht. Direkt über der Schleife. Also die hat ja so einen weißen Bommel in der Sonne und dann ist eine Schleife drüber. Ja, genau. Da fängt es an. Stimmt, stimmt. Ja. Versteck ich nur immer von Leuten. Jetzt hast du es endlich verraten. Ah, verdammt. Ich muss endlich mal was Rückenfreies tragen. Scheiße. Bis zum Arsch runter. Na dann. Ich würde sagen, sehen wir uns wieder im neuen Jahr. Im neuen Jahr. Mit guten neuen Vorsätzen. Neues Jahr, alte Frische. Oder kommt es überhaupt am 30. raus? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, mal schauen. Wenn nicht, dann nicht. Gut. Alles klar. Ciao, Leute. Ciao.